Ich werd's mir nicht holen, weil's eh zu Mainstream sein wird. Ich hab mir davon abgesehen, dass ich je noch nie so der... ...Mount-Typ war, oder der Geld-Ausgib-Typ. Ich hab mir damals nur so ein Ding im Teppich geholt. Ich hab mir damals sogar nie das epische Reiten oder Fliegen geholt, ich bin immer langsam geflogen. Oh Gott! Nächste Bombe oben, ne? Weil es noch damals zu PC-Zeiten unter Englisch die 5000 Gold hatte, um mir schnelles Fliegen zu kaufen. Ich hab lieber das Gold gespart. Best day ever. Ja, aber was brauchst du Gold, außer für fette Reintiere? Das hab ich mir irgendwann auch gedacht, dann hab ich angefangen das ganze Geld da mit dem Aha auszugeben. Um Berufe zu scalen unter Englisch. Ah. Pärons schlagen. Bam. Rundhaus kick. Bam, Rundhaus kick. Okay. Best quest ever. Ach, wir müssen hier in eine Garnison auch bauen, ja? Zwaub, Zwaub. Zwaub! Ich muss kurz ein bisschen Holz verpacken, wir mal schneller. Mal einmal auch eine Quest anweist dann schon aus der Bombe. Und wo bist du gerade hin geritten? Da war so ein Abbaupunkt auf der Karte, ich hab nix im Abbau gesehen. Mysteriös. Uh, die brennende Klinge. Das sieht ja mal lustig aus. Berührend. Das fällt mir nicht in die Leichen. Warte mal, ich muss mal wieder PvP anmachen. Oh, ähm. Verdammt. Ja. Wiss ich gerade, der hältst du Blut aus, oder? Ja, ähm. Geht los. Ähm. Aha, Brubser ist gestorben. Brust. Verbrennt sich irgendwie. Oh, Brubser ist dead. Ich hab's in die Lava gesprungen. Ähm. Ich bin besser, er hat beschlossen, äh, sich hinter einem Feuerelementar zu teleportieren, was denn Lava steht für eine gute Idee. Ja, aber bisher hat in keinem Gebiet die Lava auch Schaden gemacht. Äh, jetzt kann ich ihn nur mit Fehrkraftangriffen beharfen und ich schlafe nur ein. Warte, ich kann ihn nur Wurzeln und Moonfeiern und so. Oh, Brubser spiel nochmal rein. Warte, jetzt wird er mit den... Oh, er hat hier Summoning Tables und so. Musst du jetzt echt reinlaufen, die Lava, um ihn zu looten? Kannst du nicht hier an deinen Ice-Walkern machen? Der funktioniert ja nicht bei Lava. Sicher? Ja. Kann ich nicht looten, da. Loot schneller. Keiner lootet nicht! Weser lootet er nicht? Echt? Hat er jetzt gelootet? Jetzt hat er gelootet. Was war denn da? Äh, oh. Trinket. Trinket. Mit Master Reunion und Ace. Oh, ich hab grad noch meinen Tank. Trinket. Kann ich ja mal nix. Hört man das? Ist unter dein Gewitter? Ja. Gut. Ach, warte, ich hab ne neue Waffe. Deswegen kann ichandsaubert gucken. Scwink. Da 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 gibt es in größten er war nicht oft für uns die mops und wir geben die feste so wie sich gehört was dickes dürfen ich habe musik ich habe wieder musik in einem gebiet die Welt richtig ich höre noch eine Motorräder an Blu da bedienen hier ist der Questmob oder sogar gestorben, ist doch gestorben Blut 2 Gold weiß nicht Oh, hier gibt es eine Truhe, aber Ich habe sie überall Truhen Das ist aber ein Goldkram Währenddessen kille ich euch mal über 1000 Schieße Timber Tschüßn Was ist meins? Oh, ich habe das Blackmaster-Banner, das ist meine Piste dran Hm, ich glaube bei dem Bakti-Fahne kann das sein, oder muss er einfach durch den ganzen Körper gehen Das muss so sein Das muss so sein, er hat doch keine Hand mehr Quidditch Quidditch Hier gibt es noch eine Quest Was? Alles fertig hier Blade-Master-Banner Obst da nicht die Kisten, da muss ich die Kisten looten Ich habe vorhin eine Kiste gelootet, aber da war irgendwie nur Crap drin und dann habe ich mehr Ja, da musst du mehr looten Müssen wir auf den Pubster warten, super Immer mehr, mein Gott Kann ich mal neue Sachen anziehen Ja, ja, ich muss doch mal wieder verkaufen gehen Uuuuuh Ich will nicht ungefähr Sie尚 Steht Doe, du mit Mariener Mensch, Vanitas, du machst die ganze Aufnahme kaputt Äh... Auch wie? So, er macht aber nur ein bisschen Sound in game Er sorgt für die Sound-Untermahnung Gewitter, oah Kann man aufhören so viel zu labern und einfach sterben I can't attack that target 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 Und jetzt? Und jetzt? Guck da von oben zu Nachdem er sich da hochgeportet hat Das ist schwer draus ziehen Habt das gut? Da bleibt wohl Nichts... Aber was? Für mich steht Challenge 1 0 von 1 Das ist schon mal ... ... ... ... ... keiner geht rein, das bin nur ich Warum habe ich so eine fette Axt auf dem Rücken? Ich weiß es kann es. Ist ja eine neue Waffe, anscheinend. WTF, das soll deutlich sein? Das war auch eine Axt als Waffe. Bei mir ist das ein Schwert. Die Axt im Haus, das ist ein Schwert im Zimmer, man. Jetzt kommt er ja persönlich wieder runter. Auf Ayo? Einer. Einfach nur noch. Gibt's auch nicht. Nur eine Image. Blademaster. So, wieder den falschen Hort. Das ist ein Blueprints. Und da rumgestimmt. Ja. Tschüss. Muss mir den Galabern nicht mehr anhören. Habt ihr die Quest abgegeben? Nein. Aber die kannst du als Blueprints looten in der Mitte. Wo? Ich sehe nichts zum Looten. Ah, nein. Einfach so eine Schriftrolle. Hm. Spreng auf, Lobster. Spreng auf. Schnitter. Ich wette, du haust gleich ab. Wenn ich abhauen möchte, dann würde ich nicht erst nach 10 Punkten nach dich warten. Doch, ich würd's dir zutrauen. Kurz bevor ich da bin. BAM! Fährst du los. Ich würd's mir aber nicht zutrauen. Das wären 10 Punkten für schönes Zeit. Oh, jetzt dürfen wir Upgraden bestimmt. Jetzt wollen wir die Blueprints haben. Dann werden wir uns entscheiden. Können wir denn zur Auswahl? Dann ist das hier bestimmt der Brauch. Hey, ich hab nicht abgegeben. So, jetzt gehen wir denn. Wir haben zur Auswahl. The Warvar Coral will provide better Frostwolf mounts for your troops. Once fully operational, the Warvar Coral grants the use of Frostwolf Warwolf. Summons and dismisses a rideable Frostwolf Warwolf. Yeah, Level 99. Oh, increases movement speed in beer form. Geil. Oder Tank World. Ich bin dann Tank. Summons and dismisses. Warvar Demonstration. Okay. Ich bin ja für ein Tank. Tank oder Tank. 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 Obwohl das andere extra Buffs für mich hatte. Es geht nicht über einen Panzer. Also Tank. Ja, ich hab schon nichts gedrückt. Ja. Ja. Ach nee. Wir werden produziert. Produziert, Alter. Produzierst du mich? Voll geil produziert, ey. Äh, koste aufgeben. Lockdown. Lockdown. Oh, koste mal eins für dich, ja. Ah, too many quests. Ach, ähm. So lange wie ich nicht irgendwelche Wanted-Poster suchen müsse. Ähm, kann ich Quests eigentlich auch abgeben, wenn ich voll ich hier Gundisonslager hab? Klar. Du kriegst halt nur... Keine Gundisonslager aus. Aber ich hab da eh keine Probleme. Ich glaub ich hab alle angenommen. Hier ist nur irgendwo einer, aber ich seh nichts, weil wir überall Dialoge sind. So, jetzt hab ich die ganzen Panzer hier irgendwie auf der Karte markiert. Das ist auch super optimal. Ich fand's dann alle recht, da uner ein Haverkarte. Ähm. Ich glaub ich hab alle. wem erstmal zum... Nix. Ne, wir gehen jetzt erstmal nach Süden. Ich glaub ich hab alle. Ich hab alle. Was ist das hier, die Nagland-Arena? Mhm. Da gibt es so eine Quest irgendwo hier. Da. Da gibt es bestimmt eine Arena, ich weiß nicht. Und da ist auch eine Lady Quest. Kannst machen, oder gibt es so viele Quests? Oh, die sind sogar neutral. Ähm. Was können wir hier machen? Butcher. Was können wir dir denn geben? Hearty Soup Bones. Darum können wir noch eine abgeben. Und 3000 wieder annehmen. Ich hab mich schon gefragt, was du da machst. Bäume fällen. Das kennt der Blubster wieder nicht, ne? Zeit ist Geld, Freund. Dicken Oga-Kimmel. Ach so, jetzt, das meint ich, die Quest wieder annehmen. Äh. Wo sind die denn? Sind die drin? Äh. Oder? Und? Fertig, ja. Hast du gesehen? Jaaaa, nea. Nessingberry... Ja, war doch klar, dass der hier wieder kommt. Das sind doch die Besten Quests. Vor allem, wenn man eine schöne Fähigkeit hat, wie so ein Panzer oder so einen Borkilien. Oh, Prost! Ich glaube, mein Quest-Hog ist bald voll. Ja, könnte durchaus sein. 20 von 25. Oh, da hinten ist ja noch ne Quest. Also ich hab noch... Und du kriegst ne Quest! Und du kriegst ne Quest! Ich glaube, ich hab jetzt erstmal alle angenommen. So, und hier ist noch ein Flugboom. Yay! Aber wir müssen in den Ring des... Ja, oder? Ich glaube, eine Quest soll... Keine Ahnung, wir haben jetzt überall blaue Kreise um uns herum. Ah, mit dem da können wir reden, dann geht's los. Ja, beginn the fight. Da hab ich hier drinnen einen Panzersport. Werden wir gleich mal testen. Ähm, meine rechte Seite ist voll. Mein rechter rechter Platz ist voll. Ich muss erstmal ein bisschen bafoot, hab ich schon mal damit mal getan. Kommt hier jetzt irgendjemand? Nee, die haben Angst. Hallo? Vor allem hab ich jetzt wieder einen Dolch. Ich bin ein Bach vor uns. Ich bin bereit zu beginnen. Start it! Now! Do it now! Kommt da runter, eh scheiße! Hm. Hm. When you see Gazmolf, tell him Gabi's name to... Ist das hier so ne... ...verirrigen Sache? Äh, und vielleicht tun sie mal, ähm... ... Crashmaids, 30... ...äh... ...äh... ...ähige... ...ich äh... ...reddruck einfach mal.